Hallo liebe Dudes da draußen, schön, dass ihr einschaltet. Am 12.11. dem Mittwoch ab 19 Uhr starten wir unseren Livestream und es geht weiter mit Get the Bundesliga bei Ultimate Team. Wir stellen unsere 18 Teams der Bundesliga zusammen für den Tim Wiese, der die Bundesliga ja fürs Wrestling verlässt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid, mich unterstützt und mir helft, die Teams zusammen zu kaufen. In der Videobeschreibung seht ihr einen Link zu einer Abstimmung bei StrawPoll und da könnt ihr abstimmen, wer das nächste Team sein soll, das wir uns dann im Livestream zusammenstellen werden. Also fleißig abstimmen, dabei sein im Stream, ich freue mich auf euch, bis dann. Bis zum nächsten Mal.